ja hallo zusammen und willkommen mal wieder zu einem neuen video hier auf meinem kanal und wie ihr im titel schon lesen konnte und jetzt hier auch unschwer erkennen könnt geht es heute wieder um ein mystery unboxing ja der liebe stone cold hat mir ein paket zukommen lassen und ich bin schon richtig gespannt darauf was hier drin sein wird ihr könnt auch mal auf seinem kanal vorbeischauen den link werde ich unten in die infobox reinsetzen ich habe ihm nämlich auch ein paket geschickt da hat er auch schon sein video hochgeladen ja ein bier haben wir hier auch noch das machen wir jetzt gleich auf würde ich mal sagen denn ich will das ganze hier wieder wie üblich etwas gemütlicher angehen lassen wie üblich halt bei meinen unboxings prost auf euch so wir haben hier eine wunderschöne machete und ja dann werden wir gleich mal hier das ganze mal ein bisschen machen hier ist relativ gut verpackt muss ich sagen aber das ist auch wichtig bei diesen ganzen paket dienstleistern sage ich jetzt mal denn die gehen ja nicht immer so pfleglich um mit diesen paketen ja ich mache es heute hier aus dieser perspektive denn ich habe es letztes mal bei dem mystery unboxing von oli ja von der anderen perspektive gemacht also wo man mich sieht und ich weiß nicht das war vom lichtverhältnis ja irgendwie nicht ganz so das ware ja hier haben wir ein bisschen verpackungsmaterial so ich habe keine ahnung was hier drin ist ich will es auch jetzt gar nicht wissen was alles drin ist also jetzt will ich erst mal den ersten film rausnehmen so wir haben hier the presence besessen von dir okay sagt mir rein gar nichts sieht aber vom cover her ziemlich cool aus muss ich sagen scheint wohl so eine art also von den produzenten von blair witch project okay scheint wohl auch so eine art grusel geisterfilm zu sein also rein von den bildern her scheint es sehr sehr atmosphärisch zu sein ich bin gespannt the presence wirklich noch nie gehört ich werde natürlich wie üblich jetzt bei diesen filmen auch nach dem video mal auf der ofdb schauen was da so drin steht ja cool dann der nächste alcatraz alien project okay eine blu-ray 3d okay plus 2d version wunderbar denn 3d wirkt ja bei mir nicht ja sieht ganz cool aus dieser film bietet eine vielzahl guter horrormomente einhergehend mit einer perfekten atmosphäre und einem sehr innovativen monster okay von den bildern hinten sieht es eigentlich wieder recht cool aus vorne vom cover her finde ich ziemlich hässlich muss ich sagen das sieht nach ultra billig low budget mit trash aus gefangen wie ratten gejagt von einem monster ich werde mich mal überraschen lassen bin gespannt noch nie gehört auch dann geht es weiter mit man eater okay den film habe ich schon mal gesehen also das cover habe ich schon mal gesehen ist halt was komplett anderes als der main eater den man so kennt von früher aus den 70ern ja aus den 70ern glaube ich war das also anthropophagus das hier ist natürlich wieder was ganz anderes ja scheint wohl tier horror zu sein wo anwende cover ist auch dabei okay bis jetzt überwiegend blu-rays okay steht da wie willst du jagen wenn du die beute bist ja schauen wir mal dann geht es weiter mit trailer park of terror unrated wo ja hier in einer spio jk fassung in strafrechtlich oder ne moment vermietung und verkaufen an erwachsenen vertrieb exklusiv in österreich okay also wird sie wohl ungeprüft sein den titel habe ich auch schon mal gehört also ich kenne auch das cover habe mich aber bis jetzt nie so wirklich gereizt muss ich sagen aber wenn ich ihn jetzt hier schon vom lieben stone cold gekriegt habe dann ja werde ich mir den natürlich auf jeden fall auch mal anschauen wie steht hier ein rock'n'rollender party splatter für fast die ganze familie ich glaube da gibt es auch eine fsk version hier in deutschland natürlich gekürzt so was haben wir hier haunting of winchester house auch wieder in 3d okay okay mit den 3d brillen hier auch scheint auch wieder ultra billig horror zu sein aber muss ja an und für sich auch nicht schlechtes sein kann ja trotzdem noch ein geheimtipp sein sage ich jetzt mal cabin of the dead ist ja auch so ein vertreter wo man denkt ultra billig und dann hat er mich doch überrascht aber scheint wohl so haunted house gruselkost zu sein so dann geht es weiter mit 300 okay den hatte ich schon mal in der sammlung der perfekte mix aus troja und sind city ja kann man so sagen den hatte ich schon mal in der sammlung wie gesagt war für mich immer so ja ein also der inoffizielle nachfolger von sin city also vom stil her ist ja wirklich von der optik her so und ich mag halt diese diese historien mittelalter sachen eher nicht so gern aber ich gebe dem film jetzt auf jeden fall noch mal eine chance damals hat er mir nicht so gut gefallen da ich ihn ziemlich verwirrend fand aber ich werde ihn noch mal anschauen da gibt es ja diese berühmt berüchtigte szene mit diesem riesigen loch das ist sparta ja mal schauen also den werde ich mir auf jeden fall noch mal in den player legen ich kann mich auch an fast nichts mehr erinnern muss ich sagen so dann geht es weiter mit 300 rise of an empire das ist der zweite teil cool der zweite teil wird ja von vielen gesagt dass der nicht nicht ganz an den ersten rang kommt aber ich lasse mich hier wie üblich auch überraschen ja der zweite teil rise of an empire cool so dann geht es weiter mit oh texas chainsaw 2d interessant gut gut dann weiß ich jetzt dass ich den wieder aus meinem geburtstagspaket für dich raus tun kann lieber stone cold weil genau den wollte ich dir nämlich auch mit reintun in dein paket ja texas chainsaw 2d auf jeden fall besser als ladder face sage ich jetzt mal fand ich auch nicht überragend aber wie gesagt dieser ladder face scheiß also der neueste film da aus dieser ja aus dem franchise den kann man komplett vergessen der geht noch einigermaßen ist halt kurzweiliger slasher spaß kann man sagen so hatchet ja ein klassiker für mich kann man schon sagen der erste teil das ist ein richtig geiler film den habe ich im ähm äh ich muss mal kurz rüberschauen im steelbook habe ich den da zusammen mit teil 2 und teil 3 finde ich richtig geil wie gesagt also der old school american horror mit victor crowley also der erste teil und der vierte teil finde ich hammergeil teil 2 und teil 3 naja ähm ja cool jetzt habe ich ihn auch noch in der normalen mray finde ich irgendwie sogar cooler vielleicht tue ich mir dann irgendwie das äh steelbook mal irgendwie also vielleicht tue ich das mal aus der sammlung weil äh ich bin ja nicht so der steelbook fan mittlerweile ja hatchet geiler film danke so was haben wir hier barfly mit mickey rock ja ähm sieht nach einem bootleg aus kann mich natürlich auch täuschen aber es deutet alles auf bootleg hin oh ja mhm definitiv ähm vom film selber habe ich noch nie was gehört sieht aber recht cool aus sieht fast aus wie äh so ein bisschen so in diese ähm 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 film noir richtung sage ich jetzt mal oder was ist das hier unten oder geht das mehr so in die science fiction richtung hm keine ahnung habe ich noch nie gehört ich weiß auch nicht um was es geht das lese ich mir auf jeden fall mal durch keine ahnung was das für ein film ist haha so sind ja einige sachen auch drin final destination 3 ja ich bin gespannt ob da jetzt noch weitere teile in der box sind ähm ja final destination eine reihe ja kann man sich ansehen finde ich ähm allerdings äh finde ich äh kann eigentlich eine filmreihe äh nicht noch weniger story haben also da geht es ja wirklich nur um ein paar leute die vor dem tod fliehen sozusagen ne ja ist halt äh kurzweiliger splatter äh splatter nonsens sage ich jetzt mal ne kann man sich mal reinziehen den fünften teil den fand ich auch ganz okay sage ich jetzt mal und den ersten das war sowieso der beste aus dieser reihe und ja den dritten weiß ich jetzt nicht mehr genau also ich habe nur bruchstückhafte erinnerungen aber ich habe ihn auf jeden fall nicht in der sammlung ja final destination 3 rush hour 2 ja mit jackie chan oder hm jackie chan jackie chan jackie chan ja hier ist er ähm ja so eine action buddy komödie habe ich noch nicht gesehen auch den ersten teil nicht nur mal äh so bruchstückhaft irgendwie so im hintergrund äh wo ich mal zu besuch war ist der mal irgendwo gelaufen kann ich mich noch erinnern mhm grundsätzlich bin ich solchen film eigentlich nicht abgeneigt wenn sie gut gemacht sind schauen wir mal da wird ziemlich viel martial arts action wahrscheinlich dabei sein so dann paratrooper von dem film habe ich auch schon mal was gehört ich glaube der ist erst jetzt erst vor kurzem im media book erschienen kann das sein ähm ja scheint wohl so eine art kriegsfilm zu sein also rein vom cover jetzt her obwohl es geht bestimmt auch mehr in die horror richtung so wie ich das jetzt hier lese doch da wären auch noch die mörderischen vogelscheuchen hört sich dann nicht nach kriegsfilm an oder vielleicht ist es auch ein genre mix mal sehen ja paratrooper habe ich wie gesagt schon mal gehört bin ich gespannt darauf den wollte ich schon lange mal sehen danke dafür so dann die liga der außergewöhnlichen gentleman vom regisseur von blade ja ähm ja den film kenne ich vom titel her ich weiß auch dass eben schon connery mitspielt das wusste ich schon vorher also der film war mir schon ein begriff ähm ja ist halt so ähm hollywood blockbuster action fantasy äh kino soweit ich weiß also ich weiß es nicht genau ja keine ahnung ich habe den film noch nicht gesehen ich weiß nicht ob er mir zusagen wird lasse ich mich mal überraschen die liga der außergewöhnlichen gentleman aber den titel wie gesagt den wollte ich mir schon mal irgendwann mal zu gemütlich führen so was haben wir hier japanese hell erotisch grotesk bizarr das cover sieht ja mal geil aus ja das sieht wirklich grotesk und bizarr aus garantiert ungeschnitten hier mit einer ungeprüften version ja oh limitiert auf 500 stück das hier ist die nummer 277 ja sieht auf jeden fall sehr abgefahren aus könnte meinen geschmack treffen auch wenn ich nicht so der asia fan bin aber gefällt mir schon mal von der aufmachung her könnte vielleicht auch recht trashig sein vermute ich jetzt mal und auch natürlich recht splatterig ne muss ich muss ich wirklich mal auf movie pilot jetzt schauen und auf ofdb also der der hat jetzt echt mein interesse geweckt muss ich sagen schauen wir mal ah final destination 2 den kenne ich noch gar nicht muss ich sagen viele sagen ja der ist auf dem niveau vom ersten teil besser noch als teil eins steht hier ja gut ich meine das steht immer auf fortsetzungen ich weiß bloß dass das irgendwie auf einer autobahn spielt soweit ich weiß ja da steht auch du wirst den tod nicht überholen ok ok teil 2 final destination dann was haben wir hier stone cold ok danke stone cold für stone cold ungeschnittene version michael douglas präsentiert brian bosworth in stone cold ok kalt wie stein scheint wohl ein actionfilm zu sein in einer laser paradise ausgabe oder ist das vcl ich weiß es jetzt nicht aber es sieht sehr nach laser paradise aus ja das cover kenne ich ist mir ein begriff film kenne ich nicht ja keine ahnung werden wir mal sehen was mich hier erwartet dann die klasse von 1984 ja die klasse von 1984 ist klasse kann ich nur sagen richtig geiler film habe ich im media book sogar also wirklich ein absolut genialer film finde ich ein richtig geiler ja schultriller kann man sagen und ist nach wie vor eigentlich brandaktuell kann man sagen und kann ich nur empfehlen diesen film wer ihn noch nicht kennt die klasse von 1984 schaut ihn euch an richtig geil keine minute langweilig auch so oder kommt noch ein bisschen was lock up mit sylvester stallone überleben ist alles kenne ich noch nicht äh altauflage von kinowelt ja kenne ich noch nicht keine ahnung um was es geht aber sylvester stallone sehe ich eigentlich immer recht gerne ja dann hier gutterballs geil richtig geil ja was ist das hier für eine version also auf jeden fall ist es die uncut version und ist es auf englisch nee okay die version kenne ich nicht ist das ein bootleg nee ist von schock dvd äh film habe ich in einer kleinen hardbox schon in der sammlung aber richtig geiler film mit der äh ja ähm pin ja penetration edition richtig cooles wortspiel ja muss man halt mögen ne hardcore trash hardcore splatter aber gefällt mir haus der tausend leichen in der spiro jk version ja habe ich natürlich schon in der sammlung als rob zombie fan aber macht nix wenn man ihn nochmal hat ist er jetzt auch ungeprüft ab 18 mittlerweile schon und ist sozusagen das ähm urgestein von rob zombie ja einer seiner besten filme auf jeden fall richtig geile freakshow so was haben wir hier noch braindead ha ha geil ähm sogar mit booklet oh was ist das ähm ja cool habe ich zwar auch schon in der sammlung aber die version hier finde ich auf jeden fall geiler dieses cover wollte ich schon lange mal haben zum film selber braucht man nichts mehr sagen schätze ich mal fireball ja ähm kein ausweg keine regeln keine gnade action kracher aus thailand okay action und thailand ich glaube das wird schwere kost für mich ich glaube nicht dass das meinen geschmack treffen wird hier aber ich schaue mir natürlich trotzdem mal an bei gelegenheit ich habe jetzt sowieso urlaub dann werde ich mir den auch mal in den player werfen ich mag ja action für mich nicht so gern aber vielleicht ist das ja hier auch ein geheimtipp ich meine die black edition steht ja eigentlich für qualität kleine teufel ungeschnittene fassung ist das auch ein bootleg sieht zumindest danach aus ja definitiv ein bootleg ähm sagt mir überhaupt nichts aus einem mordspaß wird mörderischer ernst keine ahnung was das hier für ein film sein soll ob das jetzt hier eine komödie sein soll oder ein horrorfilm oder ein thriller ich habe wirklich keine ahnung muss ich mir auch muss ich mich auch mal darüber informieren aber es sieht auf jeden fall auch nach einem etwas älteren kandidaten aus so ich glaube ne zwei kommen noch zwei kommen noch oh ich glaube es ja nicht wojör.com oh mein gott ähm ja film habe ich schon in der sammlung ähm dieser film ist mit abstand das schlechteste was ich jemals gesehen habe ähm aber die dvd ähm ist doch eine rechte rarität sage ich mal der film ist auch beschlagnahmt obwohl ich das eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen kann denn äh der film hat zwar die eine oder andere härte drin aber die effekte sind so dermaßen schlecht umgesetzt und ähm ähm äh auch der ganze film ist einfach langweilig mit amateuroptik und das ende ist sowas von an den haaren herbeigezogen da gibt es äh sogar ein video hier auf meinem kanal äh der schlechteste film in meiner sammlung äh ist schon ein paar jahre her seit ich das video gemacht habe da bespreche ich den film genau aber richtig unterirdische grütze aber ähm ich finde es cool jetzt habe ich den film zweimal in der sammlung jetzt kann ich ihn vielleicht einmal äh irgendwelchen trash interessierten abdrücken sage ich jetzt mal und äh äh ich wollte den film auf jeden fall in der sammlung behalten denn äh aus kuriositätsgründen schon allein so und der letzte film watchman die wächter ja ein film der ja sehr gehypt wird sage ich mal also er hat sehr viele fans ich habe mich ehrlich gesagt nie so ganz an diesen film herangetraut denn er sieht doch mehr nach marvel äh dc avengers action gedöhns superhelden zeug irgendwie aus hier steht auch die innovative innovativste comic verfilmung seit sin city aber vielleicht geht es ja auch mehr in eine richtung wie zum beispiel äh the crow oder so das kann ja auch sein nur hier das ganze erinnert mich hier vorne auch bisschen an dark man ja keine ahnung ich ich kenne weder die comics noch habe ich mich irgendwie mal mit dieser thematik von diesem film hier auseinandergesetzt ja keine ahnung ihr könnt mir ja auch bei den ganzen filmen mal unten in die kommentare reinschreiben welche ihr kennt oder welche ihr vielleicht richtig gut findet oder so oder welche ich mir zuerst anschauen soll und ja das war's dann zu diesem kleinen mystery unboxing vom lieben stone cold äh nochmal vielen dank an dich und ähm ich hoffe wir telefonieren auch mal wieder hat mich immer sehr äh äh ja fand ich immer sehr toll unsere unterhaltungen am telefon und ähm ja dann würde ich sagen bis zum nächsten mal euer silenzium 141 ciao macht es gut mit 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 Vielen Dank.